Ausdauer weg. Und ich habe Hunger langsam. Nein, Hilfe! Hier ist ein Krokodil. Ein Krokodil? Geh weg, geh weg, geh weg. Nicht ins Wasser rein. Ja, oder lauf vorbei, genau. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Hey, das ist ja... Ach, da ist ein Schildkröte. Hallo! Ach süß, der hat sich jetzt versteckt. Ich will halt auch nicht sterben. Ne. Okay, auch süß. Die hat sich so eingegangen. Ja, dann darfst du leben. Deine Überlebenskünstler. Ja, okay. Wir hacken jetzt Holz und dann machen wir ein Feuer hier. Sonst gehen wir gleich noch drauf. Also bei mir wird das Spiel immer dunkel. Also das ist sehr seltsam. Jetzt habe ich richtig sternenklaren Himmel. Gerade war es noch nicht. Okay, wir machen Feuer. Wo soll ich das hinmachen? Äh, warte mal. Machen wir ein Leuchtfeuer direkt? Ein Riesending? Nee, ne. Einfaches reicht erstmal, oder? Ich denke schon. Ist ja nur... Dann brauchen wir... Wie werde ich in den Stamm jetzt hier wieder los? Okay, das brennt. Äh, weiß ich gar nicht. Das ist schön. Ich werde meinen Stamm nicht los. Ich glaube das noch immer nicht so gut mit dem aufs Feuer schmeißen. Hä, wie? Ich krieg den nicht ab. Kriegst du nicht ab? Nee, ich weiß gar nicht. Wie? Äh, versuch noch mal... Jetzt. Grip-Taste? Äh, nee, hier nach unten drücken. Okay. So, wir haben noch einen Hasen. Einen Hasen habe ich auch. Warte mal, hier ist noch ein Vogel, den würde ich gar noch... So. Okay. Wir haben was auf dem Feuer liegen, auf jeden Fall. Mhm. Oh, es wird jetzt echt Zeit für mich. Für dich auch. Mhm. Jetzt habe ich hier ein Essenszeichen, aber weiß nicht wo. Ich brenne. Äh, renne ins Wasser, ran ins Wasser. Und dann frisst mich das Krokodil, oder? Nee. Jetzt habe ich hier den blöden Vogelkopf in der Hand. So. Ah, ich kann essen. So. Das ist gut. Okay, ich bin aber noch nicht gesättigt. Oh. Jetzt bin ich voll. Okay, jetzt brauche ich nur noch was zu trinken. Da können wir uns eine Dose nehmen. Ja. Brennt der Hase jetzt, oder? Wenn der da liegt, geht ein... glaube ich schon. Mhm. So. Ich habe noch einen Hasen draufgelegt. Also, Fleisch haben wir jetzt genug. Ähm... Ja, ich kann den immer nicht... Schauen wir uns hier noch eine kleine Hüte. Immer noch nicht essen. Im Jagdunterstand machen wir uns. Ich brenne auch. Ja, man brennt irgendwie relativ schnell. Äh... Ja. Ja, ich sterbe. Nein. Mach keinen Scheiß. Nee, ich... Funger halt. Ja, aber nimm... Da ist er jetzt fertig. Nimm es jetzt. Hm. Wäre blöd, weil du verlierst dann erstmal deine ganzen Ausrüstungsgegenstände. Ja, jetzt bin ich ziemlich satt. Das ist gut. Aber was ist denn jetzt hier? Ist hier noch eine Einmannhase drin, oder? Raumpel! Oh! Oh! Das ist auch so, dass das in meine Richtung kommt. Das könnte ich ja auch mal ein bisschen mithelfen. Wie viele Bäume brauchen wir noch? Wir brauchen noch Äste und Steine. Großen Dinger haben wir. Äste und Steine. Da ist noch was. So, Steine liegen hier überall rum. Ich habe hier gerade einen gebracht, aber ich glaube, mein Inventar ist voll. Ich konnte den gar nicht auf normale Art nehmen. So. Jetzt kann man hier auch speichern. Use. Speichern. So. Du kannst auf jeden Fall auch speichern, falls mein Speicher mal irgendwie kaputt sein sollte. Ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn du dann auch einen hast. Ich habe noch... Ich habe noch... Och Mann, ey. Das ist doch so doof, ist das. Ach, jetzt bin ich zwar wieder. Ah, ja. So schön. Ist das wieder eine Schildkorte? Okay, die haben wir. Es wird so lange gehen, bis einer an das Krokodil rennt. Genau. So, jetzt können wir uns hier nochmal... Der Hase... Bitte? Der Hase ist noch im Feuer. Was ist denn das hier eigentlich? Bist du denn... Ja, ich bin auch relativ voll, von daher macht das jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Man könnte jetzt höchstens noch hier so ein Wasser-Ding hinstellen. Wassersammler. Ja, aber dann würde ich doch eher vorschlagen, dass wir mit der Base gehen, oder? Ja, ja. Wir suchen die sowieso gleich. Langsam komme ich wieder einigermaßen rein in das Spiel. Lauf. Ja, ja. Aber auch eine Zeit lang, ne? Ja. Aber die Base wird halt immer noch nicht angezeigt. Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, wenn wir den Strand entlang laufen, sollten wir eigentlich noch irgendwann darauf stoßen, ne? Ja. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass wir hier noch nicht waren, weil wir diese Hütte da entdeckt haben. Die war ja letztens noch nicht. Ja, aber das, äh, dass man hier nicht... Man kann auch bestimmt ne Map öffnen, oder? Boah, hier knackt's überall. So ne kleine Map, wo wir schon waren, wär nicht schlecht. Ich wüsste nicht, wie... Potems, SOS. Braue deinen Lager, finde... Achso, To-Do-Liste haben wir auch. Erkunde Höhle auf Felsvorsprang. Ach, das hat er eben einge... Ne, wir waren da noch nicht. Also, wir könnten sogar in diese Höhle da hinten rein, wenn wir jetzt wieder Tag haben. Mhhh, ja. Das könnte man machen. Wir können aber auch wirklich unser Haus wieder suchen. Oder unsere... Komm, wir, ich glaub wir wurden entdeckt, oder? Von wem, von wem? Er hat doch irgendjemand geschrien. Laut. Ich hab nichts gehört, aber... Echt nicht? Doch, da kommt was, da kommt was. Oh, ganz schnell. Wo ist denn das Wasser? Ja, lauf nicht zum Krokodil. Oh, zwei Leute? Ja, ich bin im Wasser. Drei Leute. Jetzt haben wir kämpfen. Komm. Das sind vier. Nee, das sind drei. Das muss ich auch kämpfen. Komm, komm. Stirb. Alle down nehmen. Da kommt noch einer, Achtung. Ja, der ist down. Ja. Okay. Da kommt noch was, oder? Krokodil, Krokodil! Lauf! Oh Gott, ey. Kann mir das erschlagen? Ja, aber, äh, ich weiß nicht. Ich hab nicht mehr viel Energie. So, nee, dann lassen wir's lieber. Da kommt wieder was. Oh, zwei Gegner, zwei Gegner, zwei Gegner. Oh, dann müssen wir zusammenscheiben, oder? Ich muss, ich muss, ich... Ich bräuchte mal wieder was. Oh Gott. Komm, lauf doch weg! Komm mit, komm mit, hier lang, komm mit, komm mit, komm mit! Hier können wir wieder ins Wasser, und das wird auch hell. Aber hier ist ja das Krokodil jetzt nicht. Ja, das... Das kam aber eben auch ganz schnell. So. Hier ist noch irgendein Viech, das... Oh! 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 Das Krokodil, das Krokodil, das Krokodil! Ich bin, ich bin tot. Oh Mann, ey, das ist so ganz scheiße, das Spiel. Krokodil... Das Krokodil hat mich definitiv erledigt. Echt? Ja. Ja, wo bist denn du jetzt? Ja, ich kann jetzt Restart drücken. Wo bist denn du jetzt? Ich lieg hier. Vielleicht kannst du mich wiederbeleben, weiß ich nicht. Ja, hier ist aber noch der Typie. Ja, mach den kalt. Aber auf einmal war das Krokodil da. So, ich versuch mal, ob du mich wiederbeleben kannst. Jawoll! Das ist ja nervenaufreibend hier gerade. Ja, jetzt müssen wir echt... Nach Hause gehen. Das ist aber echt übel, das Krokodil, ne? Ja. Ich hab nichts an Heilung. Ach, Mann. Ja, wie sieht denn Heilung aus? Haben wir... Ja, da braucht man Kräuter und die haben wir nicht. Okay. Aber man kann auch wahrscheinlich was essen. Ich trinke jetzt erstmal was. Essen, trinken. Ob das das schon mal voll ist? Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn eigentlich unser Lager? Da ist doch noch Hasi im... Ja, da können wir nochmal hingehen, ja. Da können wir nochmal hingehen, ja. Da können wir nochmal hingehen, ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist unser Lager. Leute. Das ist unser Lager. Hast du das verstanden, ne? E und hier. Und jetzt der Kopf ab. Hast du das verstanden? Oh mein Gott. Du sollst nicht fliehen. Sag mal. Sehr geil. Okay. Ja, sollen wir nochmal zum Lager? Dann laufen wir jetzt einfach den... Hier ist noch ein Hase. Am Feuer kannst du essen. Ich esse da auch gleich noch was. Am Feuer. Am Feuer. Ah, da. Da ist das Feuer. Das ganz... Ach du Scheiße. Ey, das arme Ding. Sieht gleich verkohlt aus. Die Schildkröte zieht den Kopf ein und macht die... die Fötchen so vor. Ja. Aber Niki versucht es trotzdem weiter. Ne, das geht nicht. Okay. Warte mal. Da ist wieder eine. Ach, jetzt habe ich das Feuer aus. Was denn angenommen? Da ist denn wieder... Boah, hier muss ein ganzes Nest sein. Was ist hier? Drei Viecher. Vier. Okay. Die laufen den Strand an. Fünf. Sechs. Alter. Dann hauen wir ab. Das schaffen wir nicht. Baste. Nee, komm doch weg. Komm weg. Ja, ich glaube, die suchen uns. Ich bin irgendwo gegengelaufen. Oh, ich bin ganz woanders jetzt hier. Blüterlichkei. Ich bin quer durch meinen Raum gelaufen. Ach, ich muss mich waschen, um meine Infektion vorzubeugen. Ah ja. Ist wohl gefährlich, ne? Im schmutzigen Wasser. Okay. Lernen über die Grundlagen des Überlebens. Naja, haben wir schon. Und wir wissen, überall sind Krokodile. Ja, komm. Ähm. Laufen wir hier lang? Bist du noch da? Ich spiele noch mit dem Kopf. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Okay. Jetzt musst du aufpassen, dass hier nichts rauskommt, ne? Ich bin irgendwie quer durch meinen Raum gelaufen und habe das erst gemerkt, als ich gegen den Stuhl gerannt habe. Ja, passiert oft. Da hatte ich Ruf. Guck mal da oben. Oh. Ei. Ja. Lass uns hier langlaufen. Mhm. Okay, hier ist keiner. Weil hier habe ich die eben gesehen. Die sind bestimmt von da hinten gekommen. Ja, sollen wir da hingehen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung wir müssen. Was würdest du sagen, in welche Richtung wir müssen? Ich würde, tendenziell würde ich noch da sagen, aber es kann auch da sein. Würde ich auch sagen. Also wir wissen ja nicht, wie wir uns gedreht haben in der Höhle, ne? Ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall was zu entdecken. Komm, lass uns das machen. Mhm. Mein Magen möchte auch was entdecken. Schon wieder? Mhm. So, jetzt werden wir sehen, was da ist. Jetzt sind da hundert von diesen Mutanten. Und ich bin langsam in einer Ausdauer. Und ich habe keine Energie. Das ist irgendwie viel schlimmer. Aber ich habe zu wenig von den Heilungspflanzen. Sehen die denn aus? Ja, so ein bisschen wie weiße Blätter mit so einem roten Köpfchen in der Mitte. Oh, da sind auch Viecher. Eins, zwei, drei. Ja. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Sollen wir gucken gehen, oder? Ne, wir gehen da hoch, oder? Ich komm. Ja komm, dann gehen wir da hoch. Das ist ein schöner Wasserfall. Wir haben uns auf jeden Fall gesehen. Jetzt muss ich erstmal kontrollieren, wo ich stehe. Dass ich nicht hier wild um mich schlage und noch irgendwas kaputt mache hier im Raum. Was ist das da oben? Siehst du das? Das Rote? Ja. Ja, dann sollten wir uns das mal angucken, oder? Das gucken wir uns auf jeden Fall an, ja. Oh, die Ausdauern. Ach, das sind Büsche. Hier ist ja nett. Kleiner Teich. Mhm. Hier so ein kleines Häuschen am Teich wäre auch nicht schlecht. Ah ja, das sind Büsche. Jetzt erkenne ich es auch. Da liegen noch Koffer. Guck mal, hier ist doch nett, wenn man... Na gut, hier fließt Wasser. Aber hier kann man trinken und ich trinke schon mal. Hallo. Ihr Blödmänner. Ja. Willst du auch noch was trinken? Guck. Das Feuerzeug... Hab ich ihn jetzt beleidigt, über was Knut? Ja, der kommt jetzt. Das ist Schweini! Das ist ein Schwein, ja. Ich sehe es gerade auch. Pass mal auf, der Typ guckt da zu mir. Hier ist noch ein Schwein. Ja, da ist noch eins. Und hier ist noch ein großes. Komm, hau. Wie der schreit, ey. Du, seine Freundin nicht. Oh, der hat mich verletzt. Noch was, noch was? Nee. Oh. Doch, da kommt noch was. Die Frau kommt. Die läuft weg. Ja. Die läuft weg. Ja, also würde ich auch weglaufen, ey. Wo bist denn du? Ich hab hier was. Na ja. Hat das Schwein viel Fleisch gebracht? Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich guck mal. Ja, zwei große Stücken. Ich hab auch noch Hasi dabei. Komischerweise. Ich hab den gegrillt, aber... Kann man hier roten Dinger essen? Ich weiß es gar nicht. Ich hab erst irgendwelche Beeren gegessen. Ich guck mal kurz ins Überlebnis. Ja, guck mal. Ich ran Schweini hinterher. Sonnenhut. Nee, war nicht gut. Also die sind nicht essbar. Du lässt Schweini hinterher und... Ah, da bist du okay. Die sind aber gut. Also blaue Beeren sind gut? Mhm. Aber ich krieg einfach keine Heilung. Ich bin ganz unten vom Balken her. Müssten echt mal so ein paar Kräuter hier finden. Ja, wie... Also hier... Aber hier sind doch weiße. Was ist das denn? Hier ist auch noch ein... ein Strauch mit Beeren. Ja, den hab ich eben gegessen. Ja, den hab ich eben gegessen. Achso. Okay, du bist zu schnell. Okay, du bist da. Lass uns mal nochmal Richtung Strand ein bisschen laufen. Das sind auf jeden Fall keine Heilkräuter. Das ist blöd. Da unten ist noch wie so ein Zelt. Guck mal. Ja, lass uns das mal angucken. Hier sind auch Pilze. Aber die will ich jetzt nicht essen, weil ich hab kaum... kaum noch Energie. Ja, guck mal. Dann nach rechts sind auch noch so eine Dinger. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Vielen Dank.